Herzlich Willkommen Freunde hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute haben wir eine weitere Dein Team Episode am Start. Das Ganze endlich mal wieder mit der Facecam und falls ihr auch bei der nächsten Dein Team Folge dabei sein wollt, dann schickt mir jetzt euer Team bei Instagram, FIFA Allstars Underline David heiße ich dort. Ich kann leider nicht jedes Team mit reinnehmen, aber ich versuche da wirklich so viele verschiedene Teams wie möglich mit reinzunehmen. Also günstige, teure Teams, kreative Teams und ja da gebe ich auf jeden Fall mein Bestes. Also schickt mir gerne mal euer Team und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal direkt mit dem ersten Squad für die heutige Episode. Das erste Team ist von Franz RK und er spielt in der 4-3-3 die zweite und ja das ist sein Team. Ich finde es extrem interessant, extrem besonders würde ich mal sagen. Also das Team ist echt richtig, richtig nice. Im Tor hat er Handanovic, Rechtsverteidiger ist Semedo, Innenverteidigung Miranda mit Thiago Silva, dann durch dieser Rossillon oder wie man ihn ausspricht, Cyprien, Fabinho, Paulinho, Dembélé, Mbappé und dann noch Balde, Diau, Keita. Finde ich sehr, sehr interessant. Wie gesagt, also das gefällt ihm echt sehr, sehr gutes Team. Andanovic ist ein solider Keeper, vorne das passt alles. Also ich würde gar nicht mal so viel verändern. Ich habe dennoch jetzt mal drei Verbesserungsvorschläge für dich rausgesucht. Erster Verbesserungsvorschlag ist Cursava, einfach weil er halt dann doch vielleicht noch ein Stückchen besser ist als Rossillon. Rossillon hat natürlich mehr Tempo, aber Cursava ist halt eher dann doch der bessere Allrounder und an sich denke ich doch der bessere Linksverteidiger. Musst du halt selber wissen, aber da kannst du auch den spielen lassen. Also das ist eigentlich gar nicht mal so wichtig. Dann könntest du natürlich Martial spielen lassen, wobei Balde, Diau jetzt auch nicht so schlecht ist. Man sieht hier den Vergleich, Balde, Diau und Martial, die haben ziemlich ähnliche Werte. Deswegen ist es da eigentlich auch ziemlich egal, wen du spielen lässt. Also da kannst du auch Balde, Diau eigentlich spielen lassen oder halt so ein Ribéry wäre dann natürlich auch noch eine Option. Durch die Franzosen geht das eben natürlich und ja, das ist auf jeden Fall so die Verbesserung für dieses Team. Mehr kann ich dir eigentlich auch nicht sagen. Wie gesagt, ich finde es ein sehr, sehr gutes Team und deswegen wollte ich da jetzt auch nicht allzu viel verbessern. Eine sehr, sehr gute Mannschaft vom Franz-RK. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum zweiten Team für heute. Gehen hier auf Dream Squats und dann sehen wir hier schon den FIFA oder den Pifa. Er spielt in der 4-3-1-2-Formation und dieses Team ist absolut genius, finde ich. Also das ist mal komplett was anderes. Er hat hier auf jeden Fall Donnarumma im Tor, Linksverteidiger ist Telles. Dann hat er Jesus, Moreno, das müsste Cancelo sein, genau. Dann hat er Pineda, Pizarro, Herrera, Almiron, dann Dos Santos und dann noch Martinez. Und wir gehen jetzt mal die einzelnen Spieler ein bisschen durch. Telles hat auch sehr, sehr solide Werte, finde ich. Passt komplett. Jesus ist auch nicht so schlecht. Moreno ist natürlich nicht so schnell, aber sonst auch nicht so schlimm. Cancelo ist stark. Und diese zwei ZMs da, die haben so hohe Tempowerte. 85 Pace hat der gute Mann. Natürlich jetzt nicht das beste Defending, aber 85 Tempo für einen ZM, das ist schon echt gut. Das ist richtig, ja, richtig positiv einfach für ihn, weil wenn die ZMs da einfach so fucking flink sind, dann ist das echt richtig genial. Der hat auch 86 Tempo, Herrera, 74, aber an sich ist das Team schon sehr, sehr schnell aufgebaut. Und wirklich, ich finde es cool. Das ist ein ganz, ganz neues Konzept hier mit Mexikanern, ja. Wer kommt da schon drauf? Und dann vorne ein bisschen MLS mit diesem Martinez, da gibt es auch noch einen Inform. Und ja, finde ich auf jeden Fall erstmal ein sehr interessantes Team. Und dann schauen wir jetzt auf jeden Fall, dass wir hier ein paar Verbesserungen machen. Denn Cancelo kommt nicht auf volle Chemie und Jesus kommt auch nicht auf volle Chemie. Deswegen, ja, möchte ich dir dann den einen oder anderen Schritt zeigen, wie du es verbessern könntest. Der erste, die erste Verbesserung wäre Florenzi auf jeden Fall mal. Dann hätte auf jeden Fall der Rechtsverteidiger mal die volle Chemistry. Und das wäre, denke ich mal, ganz wichtig. Und dann hast du noch die Möglichkeit, dass du Allison ins Tor stellst. Dann würde wirklich mal jeder auf volle Chemie kommen. Und das ist, finde ich, schon ziemlich wichtig. Vor allem so ein Innenverteidiger sollte meiner Meinung nach schon auf 10 Chemistries sein. Ob jetzt ein ZM nur auf 7 Chemistries oder so, das finde ich nicht so wichtig. Aber so einen Innenverteidiger, das finde ich schon eigentlich ziemlich wichtig. Deswegen könntest du Allison spielen lassen. Er ist halt der einzige brasilianische Keeper aus der Calcio A und dann auch der einzige, der da eben den Hyperlink sozusagen gibt zu Jesus. Dann hast du aber auch noch die Möglichkeit, dass du zum Beispiel Philippe hier spielen lässt. Da würden auch alle auf Full Chemistry kommen. Also falls du jetzt sagst, Philippe findest du besser als Jesus, dann kannst du auch Philippe spielen lassen. Aber Jesus ist halt dann doch noch einen Ticken schneller, größer ist, glaube ich, der andere. Oder 1,85 und der ist auch 1,85. Okay, also eigentlich genau gleich. Du kannst auch Kastan spielen lassen, zum Beispiel für, ja, eben auch für Dings, für Jesus. Das würde dann auch funktionieren, aber ich denke mal, Jesus ist da eigentlich die beste Option. Und dann hast du natürlich auch noch die Möglichkeit, wenn du sagst, okay, es ist mir egal, ob die jetzt auf Full Cam sind oder nicht. Dann kannst du auch Chiellini und Buffon zum Beispiel spielen lassen. Dann hätte halt Chiellini auch nur 7 Chemistry. Aber, ja, wie gesagt, wenn du sagst, es ist mir egal, dass ein Innenverteidiger nur 7 Chemistry hat, dann würde ich das eigentlich so verändern. Denn so ist das schon sehr, sehr nice. Also Chiellini ist ein extrem starker Innenverteidiger. Den habe ich ja selber in meinem Hauptteam. Und Buffon habe ich mir jetzt auch gerade geholt. Und der spielt auch echt nicht schlecht. Also das wäre halt dann natürlich schon ein heftiges Upgrade. Aber der Innenverteidiger wäre trotzdem auf 7 Chemistry. Und, ja, Freunde, das ist auf jeden Fall jetzt hier mal die Verbesserung für dieses Team. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Es ist sehr abwechslungsreich. Es ist mal echt was Kreatives. Und deswegen habe ich es auch mit reingenommen. Sehr, sehr schönes Team vom P. So, wir gehen rein zum dritten Team. Und das ist vom Emiluka. Der spielt in der 4-3-2-1-Formation wie viele dieses Jahr. Ich selbst spiele ja auch in der 4-3-2-1. Und da hat er auf jeden Fall Lurie im Tor. Kabachal-Rechtsverteidiger. Varane, Bailly, Danko Lassinac, Touré, Fellaini, Bakayoko, Willian, Griezmann und dann noch Carrasco. Und es ist übrigens ein NLW. Es ist ein No-Links-Wasted-Squad. Kein Link ist sozusagen verschwendet. Und, ja, erstmal zum Team. Ich finde es gut. Ich finde es abwechslungsreich. Es ist hier die BBVA drinnen. Beziehungsweise die La Liga Santander. Dann ist die BPL drinnen. Und dann vorne noch eben wieder die La Liga. Ja, mir gefällt es. Ich finde es nicht schlecht. Und ich möchte halt noch ein paar Verbesserungen zeigen. Und zwar drei Stück. Die erste Verbesserung ist natürlich Kante. Ja, eigentlich bei jedem, der Bakayoko im Team hat, sage ich dann, ja, hol dir halt Kante. Oder spar auf ihn. Denn Kante ist halt schon noch besser auch von den Werten und so. Da sieht man, da ist alles rot bei Bakayoko. Weil Kante einfach viel, viel stärker ist. Und dann habe ich als weitere Verbesserung noch Rose für Colasinac. Es wäre dadurch immer noch ein NLB. Und ich denke mal, Rose ist schon ein bisschen besser. Ich meine, Colasinac hat 89 Physis, wie wir hier sehen können. Aber Rose ist in jedem anderen Bereich besser. Und, ja, er hat mir dann auch noch geschrieben, er würde auch gerne eine Legende im Team haben. Und da habe ich mir den Ricard rausgesucht. Ich weiß nicht, ob man ihn so ausspricht. Und den könntest du halt hier für Fellaini reinpacken. Der ist eigentlich vom Spielertyp ziemlich ähnlich. Und, ja, ist halt eine Legende. Er hat da, wie gesagt, mir geschrieben auf Instagram, yo, wäre cool, wenn du da eine Legende einbauen könntest. Und das wäre sozusagen die Option. Den gibt es natürlich auch als 88er. Kostet natürlich jetzt auch nicht ganz so wenig, ja, 400k circa. Und, ja, das wären so die Verbesserungen für dieses Team. Ich finde es sehr, sehr nice. Es ist dadurch immer noch ein NLW durch die Verbesserungen. Und das könntest du auf jeden Fall gerne so umbauen. So, Leute, wir kommen jetzt auch schon zum vorletzten Team vom Jotkans. Ähm, ja, 1887 sozusagen. Und da hat er ein richtig cooles Team. Also, das habe ich gestern, glaube ich, im Stream zusammengebaut. Beziehungsweise, ja, im Stream habe ich gesagt, yo, schickt mir noch schnell ein Team. Und dann habe ich eben eins genommen von den Leuten, die im Stream zugeschaut haben. Und er hat einfach mal Neuer im Tor. Rechtsverteidiger ist Cavajal. Dann Nesta, die Legende. Ähm, Boateng, Kimmich als Linksverteidiger. Ähm, dann Vidal, Modric, Casemiro, Bale, Lacazette und Sanchez. Also, jetzt mal auf den ersten Blick ist das Team absolut genial. Und einfach auch mit der Legende hier. Das ist echt ein richtig, richtig schönes Team. Sehr, sehr hohe Ratings. Sehr, sehr gute Spieler. Es ist jeder Spieler, ähm, über 84 geratet. Und mir gefällt es extrem gut. Und ich würde da jetzt auch gar nicht so viel machen. Ich habe jetzt trotzdem mal so drei kleine Verbesserungen. Beziehungsweise eigentlich zwei. Und zwar die Links- und Rechtsverteidigerposition. Und zwar Linksverteidiger musst du eigentlich fast Alaba hinstellen. Denn wieso lässt du da Kimmich spielen? Ich weiß es gar nicht genau. Vielleicht sagst du, okay, Kimmich finde ich extrem stark. Wenn ja, dann lass ihn halt dort stehen. Aber David Alaba ist halt einfach ein Biest. Und den musst du da eigentlich fast spielen lassen. Ich meine, schau dir mal die Werte an. Da ist, da ist Kimmich besser. Das wusste ich nicht. Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, Alaba ist überall besser. Okay. Ja gut, das ist auch schon sein zweiter Inform von Kimmich. Aber Alaba ist schneller. Alaba ist schneller. Und er hat natürlich dann Full Cam. Ja, ich würde Alaba spielen lassen. Trotzdem. Ich würde trotzdem Alaba spielen lassen. Und ja, Rechtsverteidiger könntest du entweder Florenzi spielen lassen. Der würde dann den grünen Link zu Nesta geben. Ist top. Ist wirklich top. Oder du lässt Dani Alves spielen. Das musst du halt jetzt selber wissen. Der Vergleich zu Florenzi und Dani Alves, es ist ziemlich ausgeglichen. Also es ist ziemlich 50-50. Wen du dann nehmen kannst. Du siehst hier, die Werte sind ziemlich ähnlich. Vom Rating her ist Dani Alves natürlich besser. Vier Sterne Skills hat er aber nicht mehr. Das heißt, das wäre kein Argument für Dani Alves. Aber Florenzi oder Dani Alves würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Denn die finde ich schon stärker als Cavajal. Ja, da kannst du dich dann auch entscheiden. Und sonst, das Team ist echt stark. Max Sanchez vorne gefällt mir persönlich gut. Viele Leute sagen immer, Sanchez ist nicht so gut. Aber ich finde Sanchez schon stark. Und Bale ist ja auch einer meiner Lieblingsspieler. Und ja, wirklich ein sehr, sehr gutes Team von dir. Also Props gehen raus. Das ist echt eine starke Mannschaft. So, das letzte Team ist jetzt hier noch von Max. Und der hat auch ein richtig schönes Hybrid. Und ihr merkt schon, ich nehme eigentlich keine Einliegen-Teams mit rein. Das heißt, bitte sendet mir schöne Hybrids. Denn ich finde so ein Einliegen-Team, das brauche ich jetzt nicht unbedingt in einem Video mit reinnehmen. Okay, im Torat Abigovic, Stampellerin. Kostelny, Rüdiger, Alaba, Tolisso, Bakayoko, Ben Arfa, Dembélé, Mbappé und dann noch Martial als linken Flügelspieler. Ja, das ist auch eine gute Mannschaft. Sehr, sehr overpowerte Spieler. Und man kann es komplett so spielen lassen. Also man muss da eigentlich nicht viel machen. Es ist eine starke Mannschaft. Also erste Verbesserung natürlich wieder. Kante für Bakayoko. Ihr kennt es, die Basic-Verbesserung, wenn man Bakayoko im Team hat. Und dann, was ich auch noch cool finden würde, wäre Fekir für Ben Arfa. Du siehst hier links die Spalte, da ist Fekir einfach sowas von stärker. Er hat ein bisschen weniger Defending, aber ob du jetzt 32 Defending oder 35 Defending hast, ist auch schon wurscht. Das ist beides nicht wirklich gut. Aber Fekir, das ist sein Info, das ist auch, finde ich, eine extrem coole Karte. Kostet auch nicht so viel. 50.000 Münzen für so einen Spieler. Ist absolut rentabel in meinen Augen. Und der ist dann doch, denke ich, sehr, sehr viel stärker als Ben Arfa. Aber hat natürlich nicht die 5 Sterne, das muss man schon sagen. Aber ich würde da auf jeden Fall Fekir spielen lassen. Und dann hätte ich noch David Luiz hier in die Innenverteidigung gepackt für Rüdiger. Denn David Luiz ist einfach ein fucking Biest in diesem Spiel. Der hat 70 Tempo, 84 Defending, 81 Physis und ist auch gar nicht so klein. 1,89. Und ja, mit einem 86er Rating auf jeden Fall eine sehr starke Karte. Ich schaue mal kurz nach, was der im Moment so kostet. Ja, ein bisschen unter 100k. Und im Tor kannst du natürlich statt Begovic De Gea spielen lassen. Ja, warum nicht? Also Begovic ist halt so eine overpowerte Karte. De Gea ist halt dann eher eine Karte, die halt schon etwas teurer ist. Und natürlich auch, ja, den Preis wahrscheinlich wert ist. Also ein 90er Rating oder ein 82er Rating im Tor. Das macht, denke ich, schon einen kleinen Unterschied aus. Also von dem her würde ich dir da empfehlen, De Gea ins Tor zu stellen. Und ja, Freunde, das war es jetzt an sich auch schon wieder mit der heutigen Episode von Dein Team. Das waren die fünf Teams, die ich heute bewertet habe. Falls ihr beim nächsten Mal auch dabei sein wollt, schickt mir euer Team bei Instagram. Und wie gesagt, bitte nicht böse sein, falls ich nicht antworte oder falls ich das nicht lese oder irgendwie so. Ich bekomme dann echt viele Nachrichten nach so einem Video. Und ich würde gerne alles beantworten. Ich gebe mein Bestes. Aber es kann sein, dass ich deine Nachricht vielleicht nicht lesen kann, weil sie es einfach zeitlich nicht ausgeht. Ihr wisst ja, ich mache gerade Zivillings, bla bla bla. Ich labe auch schon wieder viel zu viel um den heißen Brei herum. Und das war es auf jeden Fall. Checkt gerne noch die Links in der Beschreibung ab. Habt immer high hopes und ciao.